um die treine hochzulegen strom ist nur ein genauer noch haben müssen wir einstreuen heute eigentlich irgendwie bei nehmen aber gut gezeigt das andere aber kommt da noch kommt da noch stroh zusammen so schnell stroh einstreuen dann haben wir die stallarbeit unter uns wir haben jetzt noch ein paar unternehmen ein paar ist gut also komme ich gar nicht ach du kriegst du natürlich zu langsam zurückfahren erst mal man hat schon mal klappt ja dann kann man die bilden hier schon mal nehmen das geht doch Oh, einen können wir noch. Ich glaube, hier wird man noch einen Tele-Lader holen, glaube ich. Mal gucken. Den legen wir mal umruf. Ach, hier wird man noch einen. So, das ist schon mal eingestreut. Ein bisschen Mist brauchen wir ja auch. So, das ist schon mal. So, das ist schon mal. So, das kann man zum Hof fahren. So, das ist schon mal. So, das ist schon mal. So, das kann man nämlich schon mal alles vorbereiten zum Dreschen. Metrische hausholen und, und, und. So, die Straße kurz sperren. So, das ist schon mal. So, das ist schon mal. So, das ist schon mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, haben wir auch schon auf den Hof. Okay, hinten rumfahren. Okay. 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 So, jetzt können wir den Metrischer anschmeißen. Positionieren. Okay. 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 so passt jetzt war ein blinker anmachen aber die ist jetzt schnellwerk so groß da kommt man nicht durch das tor das war ja